Zum Beispiel einer Ruhige. Mein Name ist der Fachlehrer, der morgen hier auf dem Kongress Salza unterrichten wird und eingetroffen wird. Salza ist ja nicht nur ein Phänomen über und weltweit. Und vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Da kommt er her, er ist heute angekommen und heute Morgen unterrichtet. Und Gott sei Dank heute Abend schon für Sie, für uns alle da. Aber er kommt mit erwarten aus London. Jetzt begrüßen Sie mit mir, Enio Vorkomar und Ferran Jones. Die Salza ist jetzt jetzt Salza keine Show. Und das ist Freestyle und der Lieblingsfollower führt mit sich heute Salza Freestyle. Oh Jezu! Oh Jezu! Oh Jezu! Oh Jezu! Oh Jezu! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020